Jo hallo mein Name ist Labi Nahto und ich begrüße euch zu einem kurzen Infovideo ich wollte nur sagen dass das Video heute etwas später kommt und nicht wundern ich hatte letzte Woche kein WLAN also wirklich kein WLAN und keine Chance auf Internet so richtig irgendwo ins Internet zu gehen und deshalb kam letzte Woche kein Video und ja ich denke ich werde es so gegen 18 Uhr hochgeladen bekommen weil ich wollte es eigentlich heute Vormittag beziehungsweise heute das Video aufnehmen aber ich habe bis 14 Uhr geschlafen und naja deshalb ist das ganze ein bisschen knapp und ich wollte euch nur kurz informieren danke und bis nachher